Hallo und jetzt komm hier über New German Reviews, heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit I Am Alive. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Oh, fuck. Oh, fuck. Der in die Gasmaske. Oh, yes, man. Davon habe ich gerade noch gesprochen. So, muss ich hier lang? Nur noch andere Richtung wieder. Boah, richtig gut. Das ist hier, was für den Gasmaske auch nicht verschwenden ist. Wir verschwenden nicht lieber Soda und so. Hier links. Ich kann besser mal eine Soda verschwenden, als eine fucking Gasmaske. Hoch. Ich will die Gasmaske nicht verschwenden. Holla. Okay, bringt Gasmaske nichts mehr. Warte. Ich glaube, die Gasmaske ist noch drin. Die wird da nicht mehr benutzt, ne? Ich denke nicht. Zack, ist die Gasmaske wieder auf. So, muss ich lang? Hier muss ich noch geradeaus... ...rüber. Das Ding. Da ist wieder dieses ekelhafte Viech. Was ist das? Das sieht nicht nach einem Menschen aus. Das sieht eher nach einer Kreatur aus. Aus Staub. Oder so. Come on, come on, come on, come on. Alter, das ist hoch. So. Wie da alles aufgefüllt. So, wo muss ich jetzt lang? Muss ich hier runter? Ich kann am besten auf der anderen Seite direkt schon runter. Ich will überhaupt gerne wissen, was da ist. Aber nicht jetzt. Gehen wir runter? Come on. Das Maske aufsetzen. Und runter hier. So, ich bin jetzt über die falsche Seite wieder runtergegangen, ich Idiot. Come on. Hier nochmal Schmerzmittel. Nemal Schmerzmittel. So. Aber jetzt möchte ich hier einen Soda trinken. Gott, der Jungs. Genau hier lang. So. Ich möchte das Ding nicht verbrauchen. Holy shit. Was ist das? Muss ich mal drauf. Okay, das wird sich nicht gelohnt. Ähm. Ich kann nur was trinken oder was essen. Oder Adrenalin nehmen. Komm. Wofür brauche ich die Gasmaske gar nicht? Das sieht nicht so aus, als wenn ich die Gasmaske verbrauchen würde. Jetzt muss ich die andere Seite rüber. Das ist aber leicht gemacht mit dem Haken. Und da ist gar kein Haken dran. Hier, no. Ach ja. Zack. Weg hier. Ich möchte nur wissen, was es gerade war. Eigentlich. Die Karte hier runter. Dann hier straight durch. Runter, dann da straight durch. Die Zornkugeln haben wir auch gefunden. So. Ich nehme was zu trinken. Was so, da noch was so, da. Come on. Sehr schnell da rüber. Wo sind wir jetzt? Jetzt genau da. Come on. Nicht mehr weit. Die Tür wird nicht funktionieren. Ich versuche es auf der Seite zu gehen. Nein, nein, nein. Zurück. Zurück, zurück. So da. Come on. Seite, Seite, Seite. Und wir sind drin. Halleluja. Zum Glück. Wir gehen uns zu überraschen. Das ist eine gute Strategie. Mace-Mutter retten. Wollen wir dies doch mal tun. Wir haben eine Invention. Wir haben eine Invention. Gute Glück und schnell! Je schneller sie raus ist, desto besser ist sie. Was ist vielleicht hier ohne Spiegel? Aber guck, hier ist schonmal Schmerzmittel. Was ich im Moment richtig oft finde. Oh, so viel Schmerzmittel brauchen wir gar nicht. Leute, schau! Hey, besser einen guten Grund haben, hier zu sein. Schau! Oh, schau! Schau, Leute! Oh Gott! Hey, warte, warte, nein! Don't shoot! Let's talk this over, okay? Please, don't kill me! Don't shoot! You win! I'll get there! Oh, ist der eine, eine? Guck mal, der stieb jetzt so. Beziehungsweise, der stieb ja nicht. Der geht so weg. Wer wollte mich ja unbedingt angreifen, der Arsch. Schmerzmittel. Was soll ich mit dem ganzen Schmerzmittel machen? Warte, ich hab mich erstmal im Toch fallen. Pff. Scheiße. Sechs. Sechs Dosen. Das sind aber noch viel. Viel zu viel. Noch mehr was zu trinken. Oh, Schmerzmittel. Können wir auf jeden Fall bald ein, äh, Krankenhaus betreiben. Weil wir dann genug Schmerzmittel haben für alle. Ich möchte gerne was zu trinken finden. Bitte. Bitte. Stehen bleiben. So, der hat noch ne Atemmaske. Oh, ich bin nicht mehr. Du bist ein Schmerzmittel. Du bist ein Schmerzmittel. Hey, schau schon. Begelehrt Zeit. Komm zum Park. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. von hier zur Vergnügung. Na klar. Ich möchte ihn retten. Oder so. Nicht? Okay. Da ist auch noch eine. Ich möchte ihn wenigstens retten. Auch nicht. Alles klar. Dann wird die andere wohl in dem Schlafzimmer sein. Natürlich auch zur Vergnügung. Ihr wisst, was ich meine. Ähm. Okay. Das ist echt. Fucking. Fuck. Das ist ab. Ne? Na, ich komme nur hier hoch. Ich komme nur hier hoch. Also ich hier die, die Stange hier hoch. Komme ich hier überhaupt hoch? Das wäre ein bisschen witzig. Muss man sagen. Ich glaube nicht. So. Öffne ich mal. So. Haben wir denn gehustet. Dann gehen wir weiter, liebe. Unterretten. Hier komme ich. Runter. Hier komme ich runter. Ich gehe hier alle Wege mal lang. Das kann natürlich immer sein, dass ich hier viel. Mehrzmittel finde. Ich habe mehr Chance, ihn auf der Stange finden. Hör ich hin. Hör ich hin. Ach, du Scheiße, ey. Zigaretten. Ich weiß, was ich damit anschauen kann. Ich jetzt erstmal ein bisschen lang. Da kann ich nichts machen. Dann sollte ich nur die Zigaretten finden. So, dann gehen wir mal so schnell wie möglich hoch. Warte mal, die Tür ist jetzt zu. Gut. Ich wollte schon sagen, fuck, die kommen nicht mehr raus. Das war dann gar nicht die Tür. So. Die Musik wird immer spannender. Wurde ich hier rumlaufe. So, 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 so. Kann ich hoch. Also hier kann ich hoch. Kann ich lang. Kann nicht. Die kam nicht her. So, dann hast du wieder ein Lager vor ihr. Sieht so aus, als wären hier wieder welche wehren. Oh, der auch nicht. Doch. Arschloch. Das ist ein ganz großer Arschloch bist du. Wir werden mir jetzt jetzt mal was zugucken, weil die da stehen bleiben. Beim Pfeil und Bogen würde ich natürlich auch stehen bleiben, normalerweise. Also, ich der Typ wäre, der da wäre. Würde stehen bleiben. So, dass wir ihn aufschießen, weil man weiß ja nicht, was hinten drin ist. Vielleicht ja noch eine Kugel. Beziehungsweise eine Adrenalinspitze. Das wird natürlich noch besser. Und natürlich Schmerzmittel. Und noch eine Wassermischung. Trinklösung. Entschuldigung. Und Wasser. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Dort vom Kalender. Irgendeines Gebäudes. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal, wo wir hier sind. Wir sind jetzt hier im dritten Stock, müssen wir sein, ne? Hier kommen wir. Hier müssen wir. Also direkt zum vierten Stock. Gehen wir dann direkt ins Schlafzimmer, würde ich sagen. Hier ist nichts. Wir sind die Tote. Was, ich bin gerade irgendwie gespannt. Aber ich weiß ja nicht, wie viele hier sind. Ich bin gerade so. Heißt du, du hast michUSE impresioniert? Klar, was du sagen willst, lass mich just auf. Keine Tote. Hört ihr mich? Keine Tote. Sieht mich aus. Ich kann das Leben viel leichter machen, wenn du nur aufwärmst. Ich habe mich nicht mehr geholfen. Und nicht mir das Schaufe. Es ist nicht so, dass wir das vorher nicht gemacht haben. Ah! 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 Nicht mich zu schrauben! Nicht mich zu schrauben! Ich bin mir zu schrauben! Oh, du hast ihn geschlagen! Es war dich, oder? Derjenige, der geschlagen? Du musst sein, mein Schatz. Du hast meine Leben geschlagen. Also, du hast dich für deine Frau. Du wißt, wenn die Ash-Kleude kam, einige Leute haben entschieden, um zu bleiben. Sie würden nicht weg, ohne ihre verloren. Sie sind nur Relativen. Wenn deine Frau einen selben Ort gefunden hat oder mit einem Grupp, dann ist sie wahrscheinlich irgendwo in Haventon, wartet für dich. Du wirst niemals wissen, aber wenn das so ist, dann ist sie wahrscheinlich nicht in der Stadt. Es gibt zu viele Gangs. Alles klar. Ist nicht deren Ernst, oder? Also, das ist ja... Mega. Uh, ungeil. Das ist schon abartig. So, leider war dies nichts. Oh, die wir suchen. Holy shit! Bleib stehen! Es ist eine Stille, eine Stille. Sie haben einen Räumen. Jemand hilf hier! Was? Schau mal, Leute! Es ist eine Stille. Sie haben einen Räumen. Sie haben einen Räumen. Sie haben einen Räumen. Hey Leute! Sie haben einen Räumen. Sie haben einen Räumen. Was soll ich tun? Einer ist gleich wieder... Ey! Wie läuft denn der? Wie läuft denn der? Sie haben eine Räume. Sie denken, wir sind Angst. Ruhig. Okay. Scheiße, jetzt habe ich zwei Schüsse gemacht. Fuck off. Fuck off. Scheiße, ey. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich werde was, was du sagen. Hey, okay. Was, was du willst, aber... Bleib stehen. Ich werde was, was du sagen. Bitte, bitte. Fuck. Ich habe was ganz Dummes getan. Keine Munition mehr. Null. Da finde ich ja hier was. Moin. Wie geht's? Fuck. Nehmen, Schmerzmittel nehmen. Wovon wir natürlich genug haben. Komm. Mache mich komplett voll. Was haben wir hier noch? Wovon hier auch alle abgeschlachtet. Das ist heftig. Ja, dort haben wir einen Schacht. Und dort haben wir noch ein Zimmer. Da haben wir auch noch... Ha, Schmerzwettel. So, hier haben wir noch ein Zimmer. Wie... schon erwartet noch eine Frau. Ach ne, ich war gerade... So. So. Und... Oh, nicht shit. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Er wird uns töten. Er wird uns töten. Hilfe! Hilfe! Was willst du von mir? Was? Ich will nichts. Ich bin nur hier. Komm nicht näher. Nicht zuhören. Nicht zuhören. Nicht zuhören, mich zuhören. Hey, schau, ich stehe dich. Okay? Kein Problem. Wer bist du? Ich bin ein Freund. Ich habe keine Freunde. Ich bin mit May. May? Meine Tochter? Hast du meine Tochter gesehen? Wo ist sie? Nicht zuhören, sie ist sicher. Sie ist mit Henry. Und ich bin hier, um dich rauszukommen. Okay, wer auch du bist, gehen wir. Ich denke, ich weiß, wie wir uns rauskommen. Ich auch. Okay, muss ich sagen. Ich kann mir auch noch... ...machst du für Wingser. Mays Mutter sieht verdammt stark nach May aus. Zwar, er hat sich unerwartet. Also, natürlich sieht die so aus. Ist ja... Ja, natürlich. Ich glaube, es ist da, wie sie sich zu finden. Ich habe eine Beziehung aus dem ersten Mal. Wir nutzen die Subway-Tunnel zu kommen, um zu Henry zu移. Mays nicht lieb. Sie fühlte sich ziemlich viel. Schrauben. Ich wollte sie finden, und ich habe eine Pfeilung. Ich bin so Angst. Sie fühlte sich zurück. Sie fühlte sich, wenn ich sie gefunden habe. Aber wir haben sie ein paar Pfeilung. Ich denke, sie wird offenscheid. Wir gehen hier wieder durch den... durch... durch äh... durch die Garage Denk ich mal Kann ich das schweigen? Kann ich das schweigen? Nur um sicher, dass die Flucht klar ist Nein! Hey, 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 hey! Nein! Leute, ich bin ernsthaft! Ich werde dich töten! Holy shit! Holy shit! Wo kommen die denn jetzt her? Moment! Oh, wir haben gar nicht mehr so viel... äh... So viel Dings Eine Schmerzmitte So, auf den Boden Jetzt! Sofort! Auf den Boden! Warte! Mach's aus auf das selbe Rad! Und zack! Mit dir! Oh, warte! Oh, warte! Oh, warte! Oh... Auf den Spieß! So, soll ich da wieder vorgehen? Moment mal, kannst du? Moment mal, kannst du? Nein, es kommt Ich geh mal ein bisschen vor hier Oh... Oh, nicht! Da kommst du! Go! Und was ist jetzt eigentlich mit den anderen im Hotel? Soll ich die gar nicht retten? Eigentlich hab ich die jetzt sozusagen gerettet, aber... Eigentlich auch nicht! Weil ich hab jetzt nur die Typen getötet, die um die rum waren! Trotzdem sind hier nur Leute! Eigentlich voll... Böse! Dass ich die nicht mitgerettet habe! Beziehungsweise, dass ich die nicht mitrette! Voll das... Arschloch bin ich! So! Sehen! So, hier kommen wir raus! Hier ist unser befreiender Weg! Dann wollen wir mal... Guckt ihr mich die ganze Zeit an! Meine Güte! Ich weiß, dass es gut aussieht, ja? Zurück zu Henrys Wohnung gehen! Dies werden wir aber in der nächsten Folge machen! Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen-Pokémon und so weiter und so fort! Alright, bis zum nächsten Mal! Und tschüss!